Was ist das Potenzial? Das Potenzial ist riesig. Seit dem 01.01.2018 ist das Energiegesetz in Kraft zu retten, wo man den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch umsetzen kann. Wir sind ganz am Anfang. Es wird sehr attraktiv werden, wenn man Photovoltaik-Anlagen bauen will, das über das Regime abzuwickeln. Entsprechend ist das Gesetz da. Und natürlich wird man daran arbeiten müssen. Die Regulatoren werden weiter Inputs geben. Aber es wird eher in Richtung Förderung von CEFS gehen, als in Richtung, dass wir sie wieder abschaffen wollen.